Gut. Kommen jetzt noch... Ja, natürlich kommen jetzt noch die ganzen Headcaps angeschissen hier. Die müssen nicht mehr hüpfen. Wir kleinen, dreckigen Viecher. Okay, haben wir die erledigt. Diesmal natürlich ein ganzes Stück besser als vorhin. Wir sind an der Rakete und müssen jetzt mal schauen, dass wir hier auch nach oben kommen, denn irgendwo oben sollte das Steuersystem sein, denke ich mal. Es wäre sicherlich etwas ungesund, hier unten sich zu platzieren. Was sind das für Geräusche hier überall? Es wäre sicherlich etwas ungesund, für den er die Stadt einleitet, wenn er hier unten stehen müsste dabei. Deswegen müssen wir noch... Was sind das für Geräusche? Deswegen müssen wir noch irgendwie nach oben kommen jetzt und da schauen wir noch mal, wie wir das bewerkstelligen können. Alter. Was? Von hinten? Wo kommst du denn her? Was? Wo kam der denn jetzt her? Ach Leute, es ist doch scheiße, wenn ihr hinter mir einfach Gegner rein spawnt. Man wird sich, glaube ich, wenigstens darauf verlassen können, dass Ecken, die man schon gesäubert hat, dann auch sauber sind, oder? So ein Scheiß. Also sowas kann ich nicht leiden. Da wüte ich direkt mal ein bisschen rum hier. Ist sowas passiert? Okay. Bleibt die Brücke auch zusammen? Ich hoffe doch. So, kommen hier Militärtypen. Das sieht nach so einer Gegend aus, in der Militärtypen auftauchen. Oh ja, ich sehe schon einen Toten rumliegen. Gut. Hier kamen Militärtypen. Sagen wir es so. Was ist das denn? Was habe ich da gerade in der Hand? Explosive. Ach, das ist eine Rucksackbombe. Das ist ja lustig. Kann ich wahrscheinlich irgendwo festmachen, ne? Die kann ich so nicht einschlagen. Schade. Handkarnaden sind voll. Sag mir das doch gleich. Okay. Dann würde ich sagen, probieren wir nochmal die Rucksackbombe aus. Ich gehe mal ein Stück weg. Oh, jetzt wäre ich fast durchs Dingens durchgelaufen. Okay, die war doch nicht dafür gedacht. Ich dachte, das ist vielleicht... Ich dachte, dass es vielleicht dafür wäre, aber nein. Wir kommen ja offenbar nicht durch. Dann weiß ich gerade gar nicht, wo wir lang gehen müssen. Aber wir werden schon einen Weg finden, ne? Musste nur kurz gucken, ob mein Mikro auch noch läuft. Beziehungsweise ob der Vorverstärker noch dran hängt. So, hier unten geht es aber auch nicht weiter, oder? Ich will jetzt nicht unbedingt da reinspringen, um es auszutesten. Hey, wo muss ich denn lang? Was ist denn das hier? Welcher Idiot hat der das kaputt gemacht? Da muss ich mal ordentlich auf die Finger hauen. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt gerade. Okay, lassen wir das mal außen vor, diese Aufzugstür. Wir müssen irgendwie anders hoch. Ich glaube, das Spiel möchte uns er... Ach! Das Spiel möchte uns... Das ist doch nicht der Weg. Das Spiel möchte uns ärgern, auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, dass wir durch die Gitter kommen, vielleicht. Nichts zu da drauf hüpfen, eventuell. Dankeschön. So, wir kommen von da aus aber auch nicht mehr hoch. Diese Steuerung macht mich wahnsinnig. Ich komme hier auf die Kante, ne. Wir kommen nicht mehr hoch. Der springt nicht hoch genug. Ne. Ah, schlecht. Ich lad nochmal neu. Ich weiß nicht, was wir gerade tun müssen. Ganz ehrlich. Wo müssen wir hin? Oh, du Bitch. Ich habe ganz vergessen, dass wir da gespeichert haben. Ich dachte, ich hätte danach nochmal... Ach, komm schon. Wie kleines Drecksvieh. Ich bin gerade ein bisschen ungehalten, muss ich sagen. Weil mich das anödet erst dieser blöde Bug. Erst dieser verblödete Bug und jetzt kommt hier wieder so ein Scheiß, wo wir festziehen. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr in den Spielfluss kommen. Ich glaube, Hardlife und ich werden jetzt nicht die allerbesten Freunde. Rob, alle das Ding funktionieren. Ach, Mann. Das ist bloß dafür. Ja, du darfst es auch wieder... Du darfst es auch wieder rummachen. Da oben kommen wir so nicht hin. Ah, warte mal. Können wir vielleicht... Nee, hätte sein können, dass irgendwas einbricht und uns weiterhilft. Aber natürlich nicht. So, ich nehme aber mal an, wir müssen irgendwie dorthin kommen. Können wir an den Kabeln klettern? Ich probiere das mal. Nein. Hätte ja sein können. Blödes Spiel. Blödes Kackspiel. Mag dich nicht. So, ja, hier vorne sind wir ja gleich wieder an der Raketenabschlussstation. Ja. Oder an der Rakete. Was ist das denn für ein seltsamer Klang hier? Vielleicht müssen wir hier auch gar nicht hin. Ich weiß es ja nicht. Fahr mal weiter. Ach, davon waren wir doch schon. Könnte ich mir gerade so auf. Was sieht es hier aus? Können wir nicht die... Wie können wir denn die Weiche umstellen? Ach, so ging das. Gut, gut. Fahren wir einfach mal da lang und schauen mal, wie es da aussieht. Hey. Können wir auch zu rumpeln? Schon wieder einer von der so. Gut. Hat sich das auch für dich erledigt? Hier, machen wir kurz den Zwischenstopp. Und sammeln wir hier kurz die Medizin ein. So, hier unten gibt es nichts mehr. Vielleicht müssen wir einfach wirklich hier lang. So. Nein, du sollst schon ein bisschen vorfahren. Ich will doch nur mal dir kurz die Kisten hier abholen. Schraubenzieher kann man immer mal gebrauchen. Gut, hat sich halt zumindest gelohnt mit der Energie. Das ist schön. Freut mich. Oder schauen wir mal, wo wir denn hier hinkommen. Das sieht zumindest schon mal aus, als ob wir diesen Kreis auf da hinten verlassen hätten. Obwohl, das sieht jetzt gerade wieder so aus, als ob wir genau reinfahren. Oh, komm. Wie viele von den Viechern springen denn hier rum. Nein. Nein. Du sollst den... Wirklich. Fuck. Diese Scheißsteuerung. Das ist doch schrecklich. Energie jetzt auf 35%. Slightly pissed. Was war denn gleich noch mal dieses... Ach, ich weiß wieder, was das Geräusch war. Selbstschussanlagen, oder? Kann das sein? Ja, natürlich. Nicht mit mir. Ich hab gerade gesehen, hier gibt's ja was für uns. So. Ein bisschen Ding ist mir schön gewesen. Ein bisschen Energie. So. Und da wir überall Schrotmoni finden, würde ich sagen, wir wechseln auch mal auf die Schrot. Komm, gleich so. So. Ich hab mich gerade gewundert, was das ist hier. Aha. Jetzt können wir also auch hier lang fahren. Ich weiß bloß nicht, ob ich die Stelle wiederfinde. So, schauen wir doch mal. Ich muss irgendwo nach rechts. Den Headcrap lass nochmal... Ja, tschüss. Der kann ruhig hin und her hocken, wie er möchte. Wie er fröhlich ist. So, ich wechsle doch nochmal auf die Pistole. Einfach, weil wir mit der besser zielen können. Haha. Gewitzt. So, wir müssen auch schon an der Stelle sein, zu der wir hier müssen. Ja, genau. Hier war das mit dem Kran. So. Das sieht auch mir arg nach Spielfortschritt aus. Ah, bombastisch. Wow, warte, 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 warte. Schneller rein. Ihr kleinen Dreckssäcke. Ihr seid solche kleinen Dreckssäcke. Mich hier... Da habe ich ja keine Worte für. So, dann würde ich sagen, wir wechseln mal auf. Was wechseln wir denn? Ich bin total verwirrt gerade. Ich bin total verwirrt gerade. Granaten. Die explodieren sofort. Was sind denn das für... Ich habe gar keine Worte dafür. Was sind denn das für Granaten, Alter? Ach, ein Granatwerfer oder was? Ach, ging das nicht aus der Pumpgun? Das kann ich auch, mein Freund. Das kann ich auch. Na, warte, du kleiner Dreckssack. Du kleiner Hodenkrebs, du. Ich hoffe, der hat es gemundet. Aus dem Sturmgewehr, nicht aus der Pumpgun natürlich. So, ist ja noch mehr. Ja, na klar. Aber... So, wo hatten wir denn die Hand, Granaten? Pfeffern. Gut. Hätten wir das? Ich frage mich, ob wir auch gleich mal da hochkommen werden noch. Auf jeden Fall speichern wir mal. So, die Weiche ist kaputt. Also werden wir nicht nach Wiss. Wir helfen mal kurz hiermit. Ich hänge irgendwie fest. Ich hänge zwischen den Schienen. So ein Mist. Jetzt. Hilft das? Ich glaube nicht, ne? Ah, der geht nicht mehr zurück. Mann. Das ist doch scheiße hier. Diese Steuerung ist so das... Ich hasse diese Steuerung. Ich hasse diese Steuerung. Ich lade jetzt nochmal. Das ist mir echt zu blöd gerade. Ich verliere gerade echt die Lust an dem Spiel, weil diese Steuerung so bescheiden ist. Ganz ehrlich. Das ist doch kacke. Ach, ich fall's. Ne, ich fall nicht drüben. Wenn die hauptsächlich da drüben sind, dann helfe ich auch lieber den Motygons. Motygons? Ich kann Motygons. Nicht mich angreifen. Ich will euch helfen. Geh doch wieder in deine verschissene Ecke zurück. Mann. Scheiße. Ich töte jetzt einfach alles, was mir in den Weg kommt. Merkt man, dass es mir Spaß macht gerade? Äh, es ist gerade echt schrecklich. Oh, noch einer von den Pissern. Ich hasse es doch nicht. Ich lade jetzt hier. Ist mir egal jetzt. Okay, ich wechsle mal auf das Sturmgewehr. Das war mir gerade ein Anliegen, einfach mal draufzuhalten. Oh nein, ich hätte das benutzen können. Das ist aber schade. Okay, wie komme ich hier wieder weg? Achso. Demweg müssen wir wahrscheinlich auch gleich gehen. Ich speichere jetzt mal, auch wenn mein Leben beschissen aussieht. Haben wir hier unten was? Nein. Nein. Achtung. Lebenszeichen kritisch. Ich hasse. Machen wir doch mal so den Start. Lebt noch jemand? Speichern wir nochmal. Ja, da lebt man tatsächlich. Willst du mich verarschen? Der Typ hängt sich an der Treppe fest. Ich fasse es doch nicht. Du wirst doch wohl die Treppe hoch und runter gehen können. Oder, Typ? Keine Güte. Wir können nämlich treffen. Ich habe langsam echt die Schnauze voll hier von dem Spiel. Das nervt mich. Fick dich doch, du Drecksack. Schieße ich dir halt auch in den Rücken. So. Jetzt mal wieder ein bisschen entspannter her. Ich habe kein Leben mehr. Habt ihr hier irgendwo eine... Habt ihr hier irgendwo eine Health Station, zum Beispiel weiß ich? Ich lasse die mal machen. Ernsthaft? Ah, ihr habt ja keine Kamera. Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber... Ich habe gerade... Also... Oh, das ist so nervig. Ganz herrlich. Was soll denn das? Da steht einer stundenlang hinter der Ecke und wartet einfach nur? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ah, da könnte ich mich aufregen. Lebt er noch? Natürlich lebt er noch. Lebt er. Komm raus, du anderer Drecksack. Ah, jetzt habe ich gerade auf die Taste geguckt zum Speichern. Gegen wen schießt er sich denn gerade? Den Wolf dort oben? So. Leck mich doch. Ich möchte mich doch... Macht des chines. Wir dahilash. Wisstern. L Fest ist die rectangITT venue.